Genau, also die wichtigsten Punkte für mich sind, zum einen hat er natürlich die, hat Trump die Schwachstellen des Deals aufgezeigt, noch einmal, also dass das ballistische Raketenprogramm, die Langstreckenraketen, die der Iran entwickelt, nicht von diesem Deal betroffen sind. Er hat noch mal darauf hingewiesen, dass der Iran nach Ablauf dieses Deals oder beziehungsweise auch schon während des Deals, dass ihm gestartet wird, zu einem nuklearen Schwellenland zu werden, also sprich zu einem Staat, der innerhalb kürzester Zeit in der Lage ist, eine Atombombe zu bauen und Donald Trump hat, und das finde ich auch noch mal sehr eindrücklich, weil es diesem Klischee widerspricht, was vor allem in Deutschland über ihn herrscht, er hat sehr besonnen noch mal darauf hingewiesen und das ist tatsächlich so, dass er innerhalb der letzten Monate immer wieder die anderen Vertragspartner gebeten hat, die Schwachstellen dieses Vertrags nachzuverhandeln. Es ist also nicht so, dass er da einfach stur aus diesem Deal aussteigen wollte und da einfach stur darauf zugesteuert hat, sondern er hat immer wieder, er hat es noch mal angesprochen, mit Deutschland, mit Frankreich, mit Großbritannien darüber gesprochen, das sind die Schwachstellen des Deals, lasst uns das nachverhandeln, lasst uns sicherstellen, dass das iranische Regime nicht in den Besitz einer Atombombe kommt und aus Paris, aus Berlin und aus London kam einfach zu wenig für Washington, für die US-Regierung, um diesen Deal aufrecht zu erhalten. Trump hat zudem noch zwei wichtige Sachen angesprochen, die einen ganz am Anfang auch etwas, was in Europa, insbesondere in Deutschland, kaum erwähnt wird, nämlich die Unterstützung des Iran für Terrorgruppen und zwar nicht nur für die Hezbollah und für die Houthis, sondern eben auch für die Hamas und vor allem auch für die Taliban, die teilweise auch taktisch unterstützt werden vom iranischen Regime, wenn sie nämlich gegen Koalitionstruppen in Afghanistan kämpfen und auch für Al-Qaida. Also hochrangige Al-Qaida-Führer werden immer noch im Iran in Safehäusern nicht bewacht, sondern mehr oder weniger bewirtet und können darüber planen, können damit in Kontakt bleiben mit ihrer Organisation, mit ihrer Terrororganisation. Das heißt, der Iran ist tatsächlich nicht ohne Grund, wie es Trump auch noch mal erwähnt hat, der weltgrößte Sponsor von Terrorismus. Und so etwas muss natürlich auch in Betracht gezogen werden, wenn man ein solches Programm, ein solches Nuklearprogramm als Bedrohung ansieht und das dann mit einem Vertrag verhindern will. Denn natürlich, wir wollen uns nicht ausmalen, wenn diese Ideologie, diese islamistische Ideologie, die eben Selbstmordattentäter und so weiter hervorbringt, wenn man die in Verbindung mit Nuklearwaffen hat, was das anrichten kann. Und der wichtigste Punkt der Rede von Trump, ebenfalls ein großer Unterschied meines Erachtens zur deutschen Politik. Er hat es noch mal angesprochen, er hat sich direkt an das iranische Volk gewendet. Er hat gesagt, wir unterstützen euch. Er hat also dem iranischen Volk die Hand gereicht, weil das iranische Volk eben nicht identisch ist mit seiner Führung. Wir haben es immer wieder gesehen, die großen Aufstände 2009, als Obama, als Millionen Iraner auf die Straße gingen und die US-Regierung damals noch unter seinem Vorgänger Obama die Protestierenden im Stich gelassen hat und stattdessen gesagt hat, wir streben keinen Regime-Change an. Trump ist da komplett anders. Er sagt, dieses Regime muss fallen. Tatsächlich ist der Fall dieses Regimes auch die einzige Garantie eben, dass es eben nie zu einem nuklearbewaffneten Terrorstaat kommt. Und dafür hat Trump dem iranischen Volk im Prinzip noch mal seine Solidarität versichert. Und das ist eben ein großer Unterschied zu deutschen Spitzenpolitikern, vielen deutschen Spitzenpolitikern, die sich immer wieder an die iranische Führung wenden und von Dialog und dergleichen erzählen, die aber nie auf die Idee kämen, sich tatsächlich, dass dieses diktatorische Regime, diese Mullahs, vielleicht gar nicht die legitimen Vertreter des iranischen Volkes sind und dass da komplett andere Interessen sind. Viele Menschen haben jetzt Sorge, dass das jetzt eine Eskalation, eine weitere Eskalation im Nahen Osten bedeuten könnte. Müssen wir uns jetzt vor einem Krieg im Nahen Osten oder vor noch mehr kriegerischen Auseinandersetzungen fürchten? Also zum einen haben ja die kriegerischen Auseinandersetzungen, insbesondere unter Beteiligung des Iran seit 2015, seit der Unterzeichnung dieses Deals, massiv zugenommen. Das ist einfach durchaus auch, nicht ausschließlich, aber auch der Tatsache geschuldet, dass durch diesen Deal für den Iran Gelder frei wurden, die dieser in Syrien, im Jemen, im Libanon investieren konnte und dadurch die Kriege dort anfachen konnte. Insofern den Kriegszustand gibt es ohnehin. Der Iran plant in Syrien eine Abschussbasis, eine Raketenabschussbasis, Angriffsbasis gegen Israel zu installieren, ist da immer wieder dabei. Israel versucht, sobald dort der Iran Raketen installiert, die auf Israel ziehen, diese mit Luftschlägen präventiv zu zerstören. Also diese kriegerischen Auseinandersetzungen, insbesondere zwischen Israel und dem Iran, gibt es dort bereits. Dass das Abkommen oder die Kündigung, Aufkündigung des Abkommens und die Sanktionen jetzt unmittelbar zu kriegerischen Handlungen führen werden, das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Also da sind, natürlich gibt es jetzt diese teilweise sehr schrillen Warnungen, dass es da jetzt sofort zum militärischen Schlagabtausch führen könnte. Es gibt ohnehin, wie gesagt, einen militärischen Schlagabtausch zwischen Israel und dem Iran, der wird auch nicht stoppen. Aber der wird jetzt auch nicht durch dieses Ende beschleunigt werden. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es jetzt noch größere militärische Auseinandersetzungen unmittelbar gibt als Folge der Aufkündigung zwischen den USA und dem Iran. Also das ist etwas, was sich momentan nicht abzeichnet. Vielen Dank, Björn, für deine Einschätzung.